Alli, hallo, da ist der Guzoa wieder und es wird wieder Random Clash gespielt, ja, mit dem Lichtle, ihr seht ihn da. Hallo Leute, ja, heute gibt's eine neue Runde Random Clash, mal wieder mit deinen Farmtruppen. Ich hab hier den Würfel. Ja genau, dann schieß mal los. Ja, man sieht's. So, das ist ja relativ komisch mit der App, ich weiß nie, wo ich da drücken soll, ich probier's jetzt einfach mal. Okay, perfekt. Eine 5, 5 mal skippen und eine 5, zwei Sterne. Also zwei Sterne, ja, sollte machbar sein, denk ich mal. In meiner Area sollte das durchgehen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, 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 oh. Das ist doch ein schöner Gegner für Random Clash, oder? Ja, komm, ja, ich... Vor allem beim ersten Mal suchen, das ist echt krass. Ja, 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 läuft halt, wa? Läuft. Ähm, ja, den nehm ich da. Dam, dam, dam. So, seht mal, meine coole Clash of Clans-Brielle. Ja. Damit werden übrigens auch bald wieder Folgen kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. So, ich hab die jetzt einfach mal geblitzt, die, äh, die Minenwerfer. Mhm. Und jetzt würde ich mal sagen, ich brauch ja eigentlich nur die 50%, weil das Rathaus sollte man ja... Ich mach's mal vor... Ja, hm, klar, ich mach's schon mal vorher, hahaha. Der war gut. Geh vielleicht unten mit deinen Helden rein, damit du den, äh, Magierturm und den Minenwerfer damit den Helden wegholst und dann die Bogies setzen kannst. Nee, ich glaub, ich werd die gar... Obwohl, innen drin hat er halt auch noch ordentlich... Ja, eben, genau deswegen. Nee, ich geh aber oben rein. Okay. Nee, ich hab mir gedacht, vielleicht wenn du mit unten den Magierturm und die, und den Minenwerfer wegholst, dann kommen da eigentlich, können da alle schön, äh, schön alle Truppen Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich, äh, auch alle killen könnte noch. Ja, es könnten 100% werden auf jeden Fall. Es könnten, also wenn, äh, du weißt ja selber, mal läuft's ja richtig kacke, aber, ja, den King könnte ich langsam ragen, nee, mach ich aber noch nicht. Wie gesagt, also jetzt ist halt das Ding, jetzt sind halt viele Verteidigungsgebäude unten und wärst du vorher mit deinen Helden unten reingegangen, äh, dann wär das vielleicht, ähm, bisschen besser ausgegangen, weil sie, weil sie jetzt halt dann eben Schaden machen können. Von unten. Ja, das hier noch, das hier noch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Hatte ich die Queen schon geraged, ja? Okay, wusste ich gar nicht mehr. Ja, hattest du. Ja, die war ziemlich schnell down am Anfang. Ja, stimmt, genau, genau, die war am Anfang gleich. Mhm. Also, wir haben schon mal die zwei Sterne, das ist schon mal Deluxe. Genau, Ressourcen sind eigentlich auch schon alle da, das heißt. Genau, genau, also von daher passt sie. Ja, ist alles safe, also pff. Ja. Who care? Das kriegen wir alles hin. Läuft bei uns. So, jetzt auch noch die Pumpe hier, die letzten, die letzten Ressourcen bekommst du auch noch. Alles gut. 100%? Nein, nee, 100% wären es nicht. Außer du setzt jetzt drauf, was du in deiner Clamburg hast. Wenn es jetzt was anderes als Bogies sind, dann hast du die 100%. Ja, ja, ach kommt, Leute, was soll's. Und jetzt, äh... Ah, ich glaub, vielleicht noch Luckies. Okay. Luckies bringen mir auch nix. Das ist so, so Fläche, ja genau, Fläche und Luckies. Oh, ein Lucky, ein Lucky. Ne, nicht nur einer, ich glaub, es waren sogar noch mehr. Ah, okay. Ja, okay, schade. Äh, hätte er ja knapp. Gut, es war aber knapp. Aber okay. Oder hier, guck mal hier. Also wenn die jetzt den Magierturm schnetzeln, dann, ähm... Oh, von zwei Seiten, von zwei Seiten, bam. Oh, nee, nee, nee. Das wär so, oh, das wär leicht episch. Ja, das wär echt episch, aber leider nicht. Aber leider nicht. Aber okay, ja, ich kann damit leben. Äh, für Random Clash ein richtig guter Gegner gewesen. Würde ich auch sagen. Weil, warum soll man dann weiterklicken und wie auch immer, ist ja Blödsinn. Ja, vor allem, das war einfach so ein guter Loots-Gegner, sowas hätte ich immer angegriffen einfach. Ja, genau, genau. Also das wär dann einfach Quatsch gewesen, den nicht anzugreifen. Dafür muss man sich dann, glaube ich, auch nicht irgendwie rechtfertigen. Und ja, wie gesagt, so grundsätzlich läuft's halt. Und... Jo, jo, jo. Gut. Pass. Ja, genau, ja, genau. Äh, naja, ich muss da dafür erstmal dann, äh, ja, meine Truppen fertig machen hier. Aber danach gerne. Äh, wir skippen das einfach mal durch. Und dann haut erstmal rein. Wenn ihr den Lichtle cool findet, dann dürft ihr ihn abonnieren. Und zwar unter www.youtube.com Slash Lichtle. Ja, Leute, also ich würde sagen, das war's dann für die Runde Random Clash für heute. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, ja, morgen bei dir, wenn es heißt, eine neue Runde Let's Play Clash of Clans. Ja. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, 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 ciao. Vielen Dank.